Nö, das kann ich nicht machen, dann raste ich hier noch aus. Hm? Mach schneller, ich halte den ganze Zeit schon auf. Ich hab die Level dafür. Oh, ich hab 21 Level. Höllo. Halt du den eben auf. Halt du den eben auf. Dann halt du den noch eben auf hier. Komm durch ein anderes Portal. Nein, die gibt ja... Ich geh jetzt weg hier, das gibt mir auch einen Sack mit dem Scheiß Gas. Ich weiß nicht, warum ihr den immer hier hinlockt. Der ist garstig. Ja, der ist Gas hier, macht gleich Centus einfach total kaputt. Ja, der wird unsichtbar, wenn man ihn angreift. Ja, deswegen ja. Liegt dein Buch hier noch? Ja. Geh doch da weg, Centus. Nein, ich hab dein Buch aufgesammelt. Bevor das Ding weg ist. Boah, wieso treff ich den? Das ist doch kacke, wieso wird der immer unsichtbar? Warte doch. Wow. Aber da sind noch mehr. Die sind viel zu viele. Boah, immer stich in Schatzfeuergang. Ja, toll ist das Portal auch noch aus, das normale Portal. Ja. Das kommt wieder zurück, oder? Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, ich sterb gleich. Tschüss. Und tot. Ich geh jetzt einfach durch Centus ein Portal. Ja, toll. Was soll ich denn machen? Das eine Portal, das aussieht so... Das ist doch nicht wahr, ey. Flint. Hast du meinen Buch noch? Das fliegt da jetzt mit rum. Oh, ich dachte, du hast das mit aufgenommen. Hab ich doch. Oh, ich hab deine Dinger eingesammelt, deine Items. Ja, aber dann hast du... Ach, ja. Ich brauch ein Eisennetz. Warum? Ja, warum wohl? Äh, wo ist mein Buch? Mein Buch ist nicht da. Ach, da ist Feuer. Mein Buch ist weg. Lag da eigentlich mit. Nein. Also ich hatte das mit im Inventar ein. Ich hab zwei Big Packs. Ja, von hier draußen ist da an. Kann auch sein, dass da woanders jetzt landet. Ne, ne? Na, eigentlich nicht. Ne, ist an. Doris ist daneben gelandet. Warte, hier. Centus. Ist alles? Ja. Ja, ich hab alles hier. Dein Buch hast du doch jetzt wieder, ne? Ja, hab ich in der Hand. Boah. Ey, Johnny. Boah, das ist im E-System so toll. Dein Buch ist kaputt. Aha. Weil der ist Bookstent, habe ich in der Hand. Ja. Was ist das? Also jetzt kommen wir auch noch Fackeln mit, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Buch ist oder Johnny seins. Wie ist draus? Ich geh mal einfach rein. Ne, das ist meins. Was? Mir fehlen aber noch ne Menge Sachen, ne? Was denn noch? Ich hab das halbe Inventarfall gehabt. Ne, ich hab nix mehr. Ich hab jetzt nur noch Paneta-Wack und SolarCenter, aber das ist durch den ganzen Gas gekommen. Fick dich, Creeper! Ohne Witz! Boah, nervt das! Was? Wahrscheinlich eben durch Feuer kaputt gegangen. Ja. Boah, ist das... Ach, hier sind noch die geilen Power-Converter drauf. Das ist geil. Zum Kotzen. Kannste nicht mal was machen mehr. Boah, macht das mein Schwerd? Weil hier überall Monster sind. Ich hatte noch Diamantschuhe auch. Ne, die hab ich nicht. Ne, die hab ich nicht. Ne, du hattest, äh, du hattest Meteor-Stiefel an. Ne, ich hatte Diamantschuhe an. Nein, ich hab die Meteor-Stiefel da hingeschmissen. Ich hab meine Schuhe gewechselt gehabt. Ja, die hab ich aber nicht. Toll, ein Bag fehlt. Wie viel hattest du? Drei? Ja, ich hatte drei. Ne, ich hab nämlich keins mit. Oh, ist das... Wahrscheinlich verbrannt eben. Boah, ne, überall Monster. Ich krieg's Kotzen hier. Ganz ruhig. Ne, das ist zum Kotzen so ne Kacke immer. Und wieder verbrannt oder weggefeuert worden? Ne, verbrannt, ja. Oder durch das Gas. Er will nur diese ranlocken. Dreck töten gleich. Ich sing den hier blau. Ach ja. Also Johnny kommt nicht zurück. Ne. Johnny muss sich jetzt ein neues Buch nachher holen. Mhm. Es gast. Infinity erstmal drauf pfeffern. Zack. Und... Power. So, ME-System ist da. Alter. Spinner. Ja. Und dann ist meine... Dier-Axt weg. Meine... Ne. Dier... äh... Spitzhacke. So, jetzt hab ich Infinity. Soll das doch klappen, oder? Ja. Jetzt kümmere ich mich mal um die Pissbacken im Nähter. Und dann ist natürlich der Berg kaputt gegangen, wo die ganzen Ärzte mit drin waren. Haha. Ach. Geh mir nicht auf den Sack, du Gast. Meine Fresse, ey. Ja, du Scheiß-Sombie. Ja, du Scheiß-Sombie. Nerv mich. Ich kann kotzen. Nein. Der repariert sich immer wieder. Hier brennt alles vorne nur. Ich weiß nicht, mein Tod ist schon. Mein Gott. Ich glaube, der Gast ist hier vorne tot. Ab und zu springe ich mal so hoch. Warum das denn? Was hab ich denn... Ne, hier ist Futter voll drauf. Hm. Hä? Das ist ein komischer Mist. Ich hab mir auch gerade ein... Computer gemacht gehabt. Okay. Hä? Ich springe ab und zu mal so riesig hoch. Warum das denn? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bisschen Kreativmodus? Nein! Der ganze Redstone ist weg. Manchmal, wenn ich hier doppelhüpfe oder so... Dann ist das so. Oh, hier ist irgendwo noch ein Gas. Wir müssen eindeutig hier vorne Cobblestone hinmachen. Tolle Scheiße, echt. Wir hatten noch so viel Cobblestone bei der Base, ne? Hm. Ja. Dann müssen wir das wenigstens da irgendwo hinsetzen. Hier ist irgendwo noch ein Gas. Mein Gott. Was soll ich jetzt mir helfen? Ich weiß gar nicht. Du glaubst jetzt nicht drauf. Nee, ich hab Infinity-Bogen drauf, deswegen... Ich glaub das schon, ne? Wir müssen das mit dem Cobblestone machen. Damit halt der Cobblestone nicht brennt direkt. Hm. Irgendwo ist hier noch ein Gas. Der ist aber dahinter, anscheinend. Weil hier brennt nämlich alles immer. Ja. Oh nein, jetzt ist ein Pigman bei uns in der Hauptwelt. Nein! Ist halt so, ne? Passiert. Aber Johnny sein Buch ist weg. Ich hab das bis jetzt nicht wiedergefunden. Das ganze Eisen ist weg. Oh. Boah. Wo schlöss auch die Bags mit? Oh, da ist ein richtiger Boss noch. Ich weiß. Klatsch nicht kaputt. Soll ich den mal an hinten? Pass auf hier. Oh, aber. Kotz. Echt. Ja, warum hast du es auch mitgenommen? Ich hab eigentlich einiges weggetan, aber irgendwie... Siehst du, das sollten wir mal alles hier wegmachen hier. Okay. Naja, das ist besser. Dann Cobblestone hier im Packen und Ruhe ist. Mhm. Oder dir noch eine Cobblestone hinwand, damit die hinteren Pauletale nicht kaputt gehen. Ja. Weg, Pigman. Was machst du, Johnny? Warte? Was machst du, weil du da stehst? Ich hab grad was geguckt. Er macht das, was dich nicht angeht. Ne? Ich frag ja nur, Mensch. Und ich sag ja nur, Mensch. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Willst du bei mir? Muss ich einmal kurz porten, damit ich mein Buch wieder erstellen kann. Hm. Jetzt hab ich zu wenig Eisen. Du hattest ja drei Eisenblecke mitgenommen, ne? Flash? Ja. Hatte nur zwei mit. Da sind aber noch in den Kisten und da auch anders Meltoe sind noch welche. Ne. Sprich Barren. Ne. Da sollten noch Barren liegen. Die hab ich hier zum Beispiel nicht mitgenommen. Ne, die waren weg. Ich hatte nur zwei Stücke oder so waren da noch drin. Dann guck mal in den normalen Hauptkisten. Na, das Problem ist mit dem Backup. Johnny hat ja so viel Zeug gefarmt gehabt. Ach, darf ich noch ein bisschen. Hallo Pikman. Kann ich dich eigentlich in der Oberwelt töten? Geh sterben. Na ja, passiert halt, ne? Ja. Ja. So ist mein Ding. Hm? Jetzt hab ich meine Toidels direkt wieder losgeschickt. Ja. Aber es wäre schon besser gewesen, wenn wir den richtigen Backup gehabt hätten. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ne, ich hätte. Ich nehm jetzt ein bisschen Cobblestone mit und mach das in der... Cobblestone. Hölle fertig. Hölle, Hölle, Hölle. Noch ein paar Türen. Meine erste Toidels. Oh. Wie gestern. Ne. Was war denn gestern? Gar nichts. So. Hier sind noch Diamanten. Kannst du nicht irgendwie aus Gold, äh, Eisen machen? Ging doch auch, oder? Ja, mit dem... Ja, mit dem Minionshorn. Ja, mit dem Minionshorn. Ja, will ich aber gar nicht. Gold haben wir auf jeden Fall. Ich hab vier Goldblöcke oder so. Ja. Ich hab auch vier Goldblöcke. Ich, keine Ahnung. Ich glaube nur zwei. Ach ja, so ist das alles. Immer so Scheiße. Heulen. So ist Minecraft. Ähm. Boah, was war das denn jetzt an Anzahl? Ähm. Johnny, hast du jetzt wieder ein Buch hingestellt? Ja. Okay. Also ich mich nicht wundern, wir... Alter, ich hab schon wieder einen Blitz getroffen. Also eine Turtle braucht... Was war das? Der Blitz hat mich beim Scheißen getroffen. Ja, der... Bauen wir 64 Goldpipes. Der hat mich grad so getroffen. Und den ganzen... Boah, Alter, später. Einen Pipes. Das ist gut, dass ich hier noch aufgeschrieben hab. Cento, du sagst ne Überraschung bei dir jetzt im Portal, ne? Was? Hi, Pikman! Komm, stirb! Karek! Ups! War ich nicht. Ey, der Timer ist bei mir hängen geblieben. Ja, ich bin auch hängen geblieben, ich weiß. Du sagst doch nur neidisch. Nö. Doch. Bei deinem Gesicht nicht. Die Fresse. Du kennst mein Gesicht ja noch nicht mal. Doch. Whatsapp. Und Facebook. Ich hab kein Facebook. Was? Ich hab kein Facebook. Du Hipster. Alter, warum... Ey, der Pikman, der greift mich an. Wo ich dir nix getan hab. Dieser Boss-Pikman. Dann hast du wahrscheinlich so ein Ohr abgebaut. Nein. Mhm. Doch. Nein. Doch. Alter, der schießt mit Feuerbällen. Ich bin gleich schon wieder tot. Soll ich dir mal helfen? Ja, mach mal eben. Wundenscheid. Klatsch schon mal hinweg. Ab auf die Fresse. Feiertum. Boah, ich hab Angst vor dem. Wo ist denn der? Siehst du? Aua, ich werd schon wieder vom Blitz getroffen. Ja, das ist dieser Pikman da vorne. Ha, ha. Und der andere, der auch hier ist. Wir haben zwei Boss-Pikman hier vorne. Duper. Einer ist bei mir grad ins Portal gegangen. Duper. Ja. Oh, der hat mir meine Waffe weggenommen. Dieser Hut und so. Ha, ha. Hallo, nicht so ne Ausdrucker hier. Ha, 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 ha. Da drin noch zwei Türen gleich rein, zwei Holztüren, ne? Deswegen hab ich so ne geile Russi, Alter. Oh, was hast du jetzt gekriegt? Nein, ich hab Diamantschul gekriegt, aber ich hab doch diese Meteoriten-Leggings und sowas. Da hab ich alle Protection 5 drauf. Krank. Ich konnt ja den Table immer schon benutzen. Mhm. Ja, können wir jetzt auch. Ja. War ja nur, weil wir auf Deutsch hatten. Ja. Weil das Programm hat versucht, alles so zu übersetzen. Das war nur das einzige Problem. Ja. Jetzt hab ich keine Kohle mehr. Weiß ich nicht. Ja, war alles auch im Back drin. Das war deine Schuld. Ich weiß. Das sieht jetzt gar scheiße aus mit dem Cobblestone, aber das ist mir Furz. Furz? Furz ist mir das. Wenn das schöne... Was kostet dieses Scheiß-Speed-Upgrade für... Da, Overclocker. Ach ne, diese coolen Zähl sind so ekelhaft. Boah, ich wundere mich, wer ist diese komische Stimme? Centus, ey. Auf du Vogel. Den Name Nerd. Schokolade. 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 Ach, da ist ja noch ein Buch drin mit Infinity. Was war Infinity nochmal? Unendlichkeit. Cool. Hab ich ja ein Buch. Ja, was willst du mit ein Buch? Hat er mein Schokobo noch? Da ist eine Tasche drin. Wo bist du? Wer? Der Gast. Ich seh ihn nicht. Hat sich in den Arsch verkrochen. Der ist garstig wieder. Hm, findest du? Der nervt direkt hier mich wieder an. Der steht auf mich, der Gast. Hm. Ist ja normal, ne? Ah, die finden mich alle geil. Nee. Boy. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, Johnny, ey. Das ist Monsentos, Mann. Monsentos. Du Flau. Alles hört wieder Nacht. Chokolade. Und mit einem Hit. Scheiß Gas weg. Nice. 9 Uhr. Und so noch früh. Nö, nö. Call was anderes. Bis gleich wieder bei Johnny die, äh, Kirche läuten. Nö, nö. So spät, Leute. Sie nicht mehr. Oh, schade. Aber um 8 Uhr noch, ne? Warte? Aber um 8 Uhr noch. Blöde Kirche. Was? Was? Blöde Kirche. Was, was, was? Blöde Kirche. Blöde Kirche.